Da kommt ein Oli. Mit den Kids. Und mit was bei den Kittys? Schön. Bei den Kittys ist es cool. Jetzt ist die Seine schneller als wir. Ich bin müde. Filmst du schon? Ja sicher. Wir sind heute hier in Zwönitz auf der Vorderwiese. Wird echt satt, wenn wir hier bitte nicht so rumfahren. Da ist heute Clubmeisterschaft. Da sind wir mal spontan hingefahren. Ich und Lichtdechsen, der hinter der Kamera ist. Hallo. Ist schon nicht schlecht. Strecke ist in Ordnung. Noch ein bisschen nass. Die großen Mähren jetzt schon ein paar schöne Rillen reinfahren. Mal gucken, es sind halt auch wieder nur zwei Starter. Das ist eben so klasse. Aber vielleicht kann man euch mal was mit den 65ern arrangieren. Die gehen auch schon brutal gut. Hat man gerade gesehen im Training. Alles klar. Nein. Da kam die�n. Hat parallel keinen Bock mehr. Geht alles an Berg. Jetzt machen die Bengel ihn nass, auf jeden Fall. Das sieht gehen, Stich. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.